Ich möchte Ihnen nun das Designprinzip, die Designstrategie Mobile First an einem Beispiel erläutern. Bevor ich zu diesem Beispiel komme, müssen wir zurückgehen in die Vergangenheit der Plattform Usability. Sie sehen das am Beispiel der THM und ihrer Moodle-Plattform, an den Lernplattformen. Die Begrüßungsseite haben wir gesehen. Wir loggen uns mal ein. Sie präsentiert sich wie viele andere Lernplattformen an Universitäten und Hochschulen und auch allgemeinen Schulen. Wir haben klassische Bedienelemente wie die Navigation in Form von Menüs, Untermenüs. Das ist eine vertikale Navigation. Das kann sich auch in einer Hauptnavigation in der Horizontale alles abspielen. Bleiben wir bei der gerade, weil die ist auch typisch, wenn wir in ein Modul dieser Plattform gehen, zum Beispiel in das Newsforum. So baut sich hier oben in der Brotkrümel-Navigation der Weg auf, was ja nach der deutschen Industrienorm, was war es nochmal, 92,41, ein Merkmal der Steuerbarkeit ist. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wo ich bin. Und ich weiß, wo ich hingehen kann. Schauen wir uns das hier konkret an. Nehmen wir mal das Beispiel schriftlich bewerben in Deutschland. Klingt ja gut. Wir wollen mitdiskutieren. Wir gehen zwischenzeitlich zum Kühlschrank, kommen zurück und betrachten den Bildschirm. Wir wissen, wo wir aktuell sind, wo wir herkommen und wir können auch den Weg verkürzen. Wir wissen auch immer, klar, hat sich ja nicht geändert, wohin wir gehen können. Schauen wir uns das mal an, dieses, wohin wir gehen können. Gehen wir in einen Kurs dieser Plattform und dann wiederholen sich natürlich diese Einträge. Kursinternen-Navigation und Sie sehen, naja, das ist aufwendig in der Wahrnehmung, in der Fokussierung. Wo bin ich jetzt hier, was kann ich hier machen, was ist wichtig, war es vielleicht doch in der Zeitbar an der Stelle. Neue Nachrichten, neue Themen, antikronologisch gelistet, aktuelle Termine, neue Aktivitäten. Wo tauche ich hier ein, vielleicht kann ich auch was suchen. Ja, das ist eine typische Darstellung einer komplexen Kollaborationsplattform der Gegenwart. Gehen wir zum anderen Beispiel. Wir an der TRM hatten vor geraumer Zeit unsere eigene Lernplattform konzipiert, designt, implementiert, getestet und auch produktiv genutzt mit bis zu 6.000, 7.000 Studierenden. Und all das ist sehr gut dokumentiert in zahlreichen Seminaren, Bachelor, Masterkursen in unserem Wiki, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Falls ich es vergesse, es ist wiki.trm.de So, das ist von uns gemacht und es ist bedarfsgesteuert. Ich will nach Mobile First, vergessen wir es nicht. Aber wir sind noch nicht dort, dass es hier vor der Zeit als iOS, als iPhone auf den Markt geworfen wurde. Wir haben uns nur gedacht, was ist wichtig, was ist zielführend, was ist bedarfsgerecht, was ist benutzerorientiert. Logge ich mich doch da mal ein. Und Sie sehen, das sieht schon ein bisschen aufgeräumter aus, auch wenn sich die Seite gerade erst aufbaut. Wo war ich denn hier? Na gut, er hat sich zuletzt gemerkt, wo ich war. Begrüßt werde ich mit dieser Seite. Wir sehen eine aktuelle Zeit, wir sehen eine Kalenderfunktion, wir sehen Nachrichten, die ich verschickt habe vor geraumer Zeit oder bekommen habe. Das Aktuellste immer weit vorne. Wir haben, das hat sich erwiesen als wichtig, wir wollen kaum Navigationsleisten studieren oder hier großartig lesen. Selbst das hier ist durchaus kognitiv belastbar, das hier alles zu erfassen. Für einen neuen, sagen wir mal, Studierende im ersten Semester sollen sich hier zurechtfinden. Was alle können in der Google-Generation ist, irgendwas eintippen. Diese Suchmaschine ist auch von uns entwickelt worden, sie ist facettenorientiert. Schauen wir uns das gerade mal an. Ich sage mal, Usability. Diese Plattform ist nicht mehr in Betrieb. Das ist also eine Archiv-Plattform und ist auch nicht auf unserem performantesten Server. Und ja, also auf der Plattform ist unter Usability so nichts zu finden. Aber bei eTeaching.org könnten wir was finden. Sie sehen hier, wir könnten dort hingehen. Das sind Facetten. Wir haben von der TRM-Services, gibt es tatsächlich etwas über Usability. Dauert ein bisschen. Irgendwo muss dieses Wort vorkommen, sonst hätte er das nicht. Wir haben auf unserer Source-Code-Management-Plattform einiges gemacht. Naja, Verbesserung der Usability des Fahrerungs-Plugins und so weiter und so fort. Und könnten jetzt dort reintauchen. Das ist eine sehr moderne, Google-like Art der Navigation in komplexen Informationsräumen. Zurück. Wenn Sie wollen, können Sie auch mal auf dieser Plattform, wie Sie das freischalten, das selbst austesten. Also wir haben es reduziert, die Hauptnavigation mit wenigen Untermenüpunkten. Wir haben auch hier eine Seitennavigation, also die ist seitlich angeordnet. Und ich habe entsprechende Möglichkeiten, in die einzelnen Module zu springen. Das Bulletin-Board und was es alles so gibt. Natürlich auch spezifische Entwicklungen. Was ist wichtig für eine Lernplattform? Ja, es ist immer noch wichtig zu lesen, Bücher zu recherchieren. Wir sehen auch hier eine Tech-Cloud. Wobei, wenn wir schon mal dabei sind, die Tech-Cloud ist ein modernes Navigationselement in unserem Design-Baukasten. Die Größe der Schrift sagt mir etwas über den Fundus der Bücher dahinter aus. Und in diesem Fall ist es dann auch alphabetisch sortiert. Und es wird Ihnen alles angezeigt, was irgendwo in den zahlreichen Kursen dieser Plattform als Literaturempfehlung ausgesprochen wurde. Und Web 2.0 geht es weiter. Ja, die Covers von Amazon und so weiter und so fort. All das ist ganz nett. Und auch haben wir uns hier Gedanken gemacht, ja, also in unserem Kulturkreis betrachten wir eine Seite von links nach rechts. Die Araber würden das von rechts nach links machen. Oder auch die Chinesen. Und von oben nach unten. Also die Wichtigkeit, oder wenn Sie das Logo unbedingt platzieren müssen, ist hier oben in diesem Bereich. Das könnten Sie über Eye-Tracking-Testverfahren herausfinden. Ja, die heißen Stellen der Betrachtung. Das ging ja relativ einfach. Und das sind die häufigst benutzten Module und auch die wichtigsten. Und auf einer Lernplattform möchte man in die Kurse springen. Ja, das ist ja sicherlich Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Und dann brauche ich den Wiedererkennungswert. Da darf nicht zu viel Unruhe drin sein. Also die Hauptnavigation ist geblieben. Ich weiß, wo ich gerade bin. Steuerbarkeit. Lernförderlichkeit. Ja, es ist alles so geblieben. Halt nur jetzt kursspezifisch. Hier die Empfehlungen für diesen Kurs. Kursspezifische Lesezeichen. Und da ich ja als Dozent in dem Kurs unterwegs bin, habe ich auch Administrationsmöglichkeiten. Wenn wir das darstellen wollten, auf Smartphones, für unterwegs, für mobiles Lernen, im Freibad, an der Bushaltestelle, und wir würden nichts Großartiges tun und würden es einfach nur so runterskalieren, dann sähe das wie aus. Im iOS-Simulator sähe unsere eben besuchte Lernplattform so aus. Wenn sie nur runterskaliert wird, ohne dass sie spezifisch neu designt wurde, für diese Größenverhältnisse. Das ist ein iPad-Simulator. Also 1024-768 wäre ja noch machbar. In meinem alten iPhone mit 320x480 sähe das noch enger aus. Sie sehen, wenn man das so belässt, muss man ständig hineinzoomen in die Dips. Ich habe jetzt erwartet, dass da was passiert. Wenn Sie die Literatur hier aufsuchen, reinscrollen. Ja, hier geht es im Prinzip. Und dann halt mit den Fingern sich dort weiter bewegen, touchen, spreizen, zweimal drauf tippen und viele Dinge mehr. Das funktioniert nicht, wie Sie mir sicherlich recht geben würden. Also haben wir ein Redesign für mobile Endgeräte in Auftrag gegeben. Können wir ja machen. Wir haben ja Studierende Omas. In einem Masterkurs gleich platziert das Ganze. Vom Anspruch her. Und die Devise ausgegeben, das A, zu dokumentieren. Sie können alles schön nachlesen. Und B, ja, das muss auch genutzt werden. Das heißt, es ist nicht für die Schublade. Da werden tausende von Studierenden drauf losgelassen. Und die geben Ihnen schon eine Resonanz. Kommen wir zum Ergebnis. Wochen später. Ja, zehn Masterstudierende haben sich die Gesamtplattform eStudy vorgenommen und sie in die Variante eStudy2go übergeführt. Sie können das hier nachlesen, wie schon gesagt. Öffentlich zugänglich, zu Dokumentationszwecken. Eine Vision. Parallel wurden auch noch andere Dinge gemacht, im Sinne von, ja, Mobile First. Und ich zeige Ihnen beispielhaft bei der ersten Überlegung, die Sie hier, worauf es ankommt. Ja, und das hat nochmal keinerlei Ähnlichkeit mehr mit unserem ursprünglichen Vorbild. eStudy für Desktop-Browser, Widescreen und mit hoher Auflösung, mit voller Funktionalität, Hauptnavigation, Nebennavigation und viele andere Dinge. Und wir haben uns gesagt, wo kommt es drauf an? Wir müssen fokussiert sein. Die Real Estate-Fläche, ja, also das, was mir zur Verfügung steht zum Designen, ist extrem klein. Das sind ja noch nicht mal die 320x480 Pixel, sondern aufgrund des Chroms hier von dem Browser, Safari. Chrome, also diese Leiste hier und dann Title Bar, Navigationsfutter vom Safari. Bleiben ja noch viel weniger. Ja, und jetzt haben Sie eine Vorstellung, was es heißt, für mobile Endgeräte zuerst zu entwickeln. Worauf kommt es an? Was kann der wahrnehmen unterwegs an der Bushaltestelle mit klammen Fingern bedienen? Was will er denn? Er will zum einen mal eine Rückmeldung, dass er durchgekommen ist, dass er in dem System angekommen ist, begrüßt wird. Das gibt ihm Ruhe und Gelassenheit. Und dann will er auch sofort in den richtigen Kurs gelangen. Und falls er in diesen Modulen, die da angedeutet sind, und es sind weniger, als Sie auf der Lernplattform eben gesehen haben, nicht durch gezieltes Navigieren zu seiner Information kommt, kann er auch die besagte Pharos-Suchmaschine hier aufsuchen, Favoritentreffer bemühen. Oder er sieht auch mit Einblick, ja, Apple sei es geschuldet, was sich getan hat. Vier neue Mitglieder beispielsweise, keine neuen Nachrichten. Und wir wollten Ihnen auch nicht, oder Sie nicht, bevormunden, falls hier Funktionalität gesucht wird, die die mobile Variante gar nicht anbietet. Sie erinnern sich, wir haben hier so ein Literaturmodul. Hochmodern, innovativ, das gibt es hier gar nicht, weil das brauchen Sie nicht unbedingt für unterwegs. Aber Sie haben immer die Rücksprungoption in die Desktop-Ansicht. Das war uns wichtig, als letztes Modul, das letzte Icon in der Sammlung. Und wenn Sie da drauf klicken, dann sehen Sie tatsächlich, oder Sie kommen da hin, Sie kommen direkt auf diese Seite, wo Sie gerade sich befanden, auf dem Smartphone, und hätten jetzt hier alle Möglichkeiten, allerdings natürlich mit den Einschränkungen und den Barrieren, die wir eben gesehen haben. So weit, so gut. Und eine Verfeinerung sah dann noch vor, dass wir stylisch die Dinge etwas geändert haben. Ja, also auch hier wieder immer die Möglichkeit, alle Funktionalität, alle Funktionen der Mutterplattform, wenn ich das mal so sagen darf, aufzurufen, kann ja sein, dass Sie da eine ganz spezifische Nachricht, ein ganz bestimmtes, ja, was auch immer, ja, in der Mutterplattform benötigen, an der Bushattestelle im Freibad, wo Sie sich gerade befinden. Also brauchen wir diese Option. Und was haben wir noch? Und wenn Sie drin sind, also die Registrierung, die klassische Formulare müssen auch anders aussehen. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Und die Startseite haben wir hier auch noch ein bisschen entschlackt. Das ist also schon eine weitere Iteration gewesen, so dass man hier an den Badges schnell erkennt, ob es neue Nachrichten gibt. In diesem Fall eine neue Nachricht, ja. Ob es neue Mitglieder gibt, ja, zwei. Und, naja, also es gibt fünf neue, aber zwei sind in meinen Kursen. Das war wohl die Überlegung dahinter. Also fasse ich nochmal zusammen. Mobile First heißt vor allen Dingen, von der wichtigsten Basisfunktion ausgehend den mobilen User zu bedienen.